So und hier bin ich wieder. In der letzten Folge habe ich noch ein paar Sachen gefunden. Und ja jetzt soll ich hier runter und ich soll irgendwie jemand retten. Da bin ich mal gespannt. So, das muss hier sein, ne? Ja, das ist hier durch. Fremde und Verräter. Tod dem, der sich Kukulkan widersetzt. Da, das ist die Fremde, vor der Kukulkan uns gewarnt hat. Rizio! 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 Imbu-linka-ju-akume-ya. Tso-ku-kimil! Tso-ku-kimil! Naja! Na toll! Kann nur den Bogen ausbilden. Andere Buffen kann er nicht machen. Oh, das ist ja gleich vor. Was von denen? Boah. Blah. Ja, egal. Er hätte so gerne, ne? Ne, ey, die kann doch mal nicht hauen, das ist doch... Hau bei der, feiner. Ah, aber jetzt. Jetzt holen wir den Kopf rein. So, hier kriegen wir auch noch mal eine Falle. Was, da ist noch einer. Ihr mit eurem Fall Kukulkan, ey, da kann mich mal. Wie viele seid ihr denn? Ja. Ja. Aber ich guck. Der war doch grad noch da. Wahaha. Wicke wieder. Ich glaube, gut zu ihr. Das war das Wichtigste. Wir brauchen diese Luft zu laut. Wir brauchen diese Luft zu über sichern. Mama schluck's. Wicke wieder! Warum denn die Erste wieder? noch einer na komm ja ja ist doch gut laber gar nicht mehr rum wieder einer weg hier mit euren koko kam ich weiß kuckuck da ich kann auch noch was mitnehmen was denn tja aber ich will doch nicht brennen du dass du ein ich mach dich auch gleich macht sich Ich könnte das ja so lassen. Moment, halt, festhalten, so. Und dann, da kommst du mal so ein Pfeil ab hier. Genau, Godzilla, das sag ich auch. So, schon vergiftet. Aua. Und er hat so schön reingelaufen. Alter, wie viele kommen denn da noch? Ähm. Was für ein Ding. Wo bist du denn? Da bist du. Wow. Okay. Na, das hat aber Punkte und Geld gegeben. Puh, halleluja, Alter. Da auch noch wieder über 100 Talers. Immer mitnehmen. Da auch wieder über 100. Gut. Dann lassen wir sehen, haben wir hier unten noch was? Hm. Außer Rauchbomben. Vööö. Wööö. Goli Bam 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 Nein Hm Hm Da ist aber ne Öffnung Nö Wo sollen wir jetzt hin? Merkwürdig Nein auch nicht Gut So wird jetzt angezeigt Merkwürdig Gehe ich hier wieder durch Verstehe nicht warum das Leichen nicht angezeigt wird Wo ich genau hin muss Ne Man kann hören dass ich drücke Ja aber es kommt kein Zeichen jetzt Vorher war das Zeichen immer gekommen Hm Vielleicht kann ja mal da drin ist Man weiß es nicht So Ähm Wie komm ich denn jetzt hier am besten wieder raus Durch das Wasser ne Neh ich mal an Ähm Da nicht Aber da vielleicht Und ich schwimm 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 Jawohl hier So So Guten Tag Ich hab mich nur frisch gemacht So Ich drücke Aber nichts läuft ihn auf Seltsam Wo ist denn der andere jetzt Mit dem ich reden soll Hm Der ist hier nicht Der ist hier oben nicht Und da nicht Und dort nicht Und überhaupt Das ist seltsam Gut Dann lau ich mal darüber Hey Achtung Ja Irgendwie so Hi Alpakalein Ich streiche dich mal ganz fein Da komm Jo Süß He So ich hab ja was gefunden hallo ja ja ich verkaufe es bei der siehst du etwas das dir gefällt momentan hier verkaufen sind zwar nur sechs aber egal genau jahre 18 die götter sind für uns ja für uns gegen uns ist egal so aus diesem holz machen wir feile aber trotzdem verkaufe ich mal keine ahnung von 60 vielleicht die hälfte 30 so hoch haben wir 900 kriegen ja so schnell immer wieder sachen rein das ist unglaublich hier verkaufen wir mal 20 oder 25 25 ist gut bitte sehr ja da verkaufe ich auch mal 20 21 gut 630 und sonst war hier kann man mal sagen wir 20 so und 800 die götter sind für uns um da ein bisschen was von 20 so bitte sehr Prozent Schwarzpulver auch mal 20 so haben wir tausend und jo im Moment lasse ich das so und normales gutes oder was hast du ja auch nicht nur bergungsgut brauche ich nicht und Schwarzpulver ja gerade verkauft hm mal sehen ich komm wieder bei wieder oh komm mal hier das haben wir noch gar nicht geöffnet äh lass mich durch mit dem Fell so sechs mal Gold ja mein können wir wieder verkaufen aber äh wir sind jetzt hier einmal über die Brücke vielleicht oder so was war da nochmal was war da nochmal Überlebensversteck Überlebensversteck ähm Überlebensversteck das ist ein bisschen weiter unten bezeichnen ja hier guck mal das hätte ich auch so gefunden ja so jetzt müssen wir jetzt da hoch ne wenn wir die Story da hier mal so äh komm hoch ja so ähm dann hier hoch dinge 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 äh junge Frau ja weißt du dass man die meist auch noch woanders rein also so warum wird jetzt hier das nicht mehr angezeigt das verstehe nicht aber na gut halt nicht so weit hoch hm 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 ja hallo halt das sind so schön große bären kann man mitnehmen waaah so 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 ä so ... ... ... ... Hallo? 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 Nein, ich will hier nicht runterrutschen. Merkwürdig. Was ist das denn? Ähm... Dann gehen wir hier rein. Wenn es oben nicht ist. Hm... Hallo? Hä? Hä? Ich war doch oben die Ecke abgelaufen. Da war doch keiner. Hä? Hä? Und hier ist auch keiner hier unten. Hä? Punkt ohne Wiederkehr. Ah... Hm... Hm... Dann gibt es keine Schnellreise mehr. Na gut... Dann würde ich sagen... Wenn es keine Schnellreise mehr gibt. Wenn es keine Schnellreise mehr gibt. Dann setze ich mich noch einmal hier hin. Hm... 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 Da können wir sonst nichts machen. Munitionen haben wir verbessert. Und alles andere brauche ich nicht. Da hat die Waffe... Hm... Hm... Okay... Was haben wir noch am Punkten? Zwei... Zwei... Nö... Die behalte ich erstmal. Hm... Gut Freunde... Dass es keine Schnellreise mehr gibt... Ja... Dann bleibe ich erstmal hier stehen. Und sage dann... Bis zur nächsten Folge... Danke, dass du dabei warst. Und mach's gut. Bye, bye.